So, da sind wir wieder in einer neuen Session, Rocket League, noch Season 4, während schon die Season 5 eigentlich läuft, wenn ihr das seht. Ich versuche jetzt noch, die 8 Siege im Diamantrang zu erreichen, aber... Das wird schwierig. Besonders mein Anstoß war gar nicht mehr so übel. Oh, fuck. Okay, cool. Ich habe schon wieder Angst, dass ich da verbocke. Besonders das eine ist ein Diamant-Turniersieger, äh, der... Oh, schade, schade. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, scheiße. Keine Chance, ihr mehr habt. Ich hätte gleich rausfallen sollen. Ich hätte vielleicht wirklich nicht so mit Tor verharen. Oh, schön. Da hatten wir ein bisschen Glück. Ich glaube, er schießt, oder? Oh, hier, ran, da, ran, da, ran, da. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Warum machen die keinen Anschluss? Ich kann das denn, dass der andere, eine schon flasackig ist auf den anderen? Aber warum geben sie da nicht auf? Okay, also war es eine Verarsche. Ah, fuck. Okay, süfft zum Thema. Ich habe mich schon kurz gef... Ich verstehe nicht, was soll das? Ich verstehe nicht, was soll das? Muss man nicht verstehen, oder? Ich meine, ich freue mich. Kann man seine Tofu ein bisschen auf... Die saaten werden nicht so viel mehr Punkt als ich. Ach, wegen der Vorlage, okay. Nicht, dass das aber so eine Pros sind. Ich habe keine Lust, jetzt noch zu verlieren, oder so ein Scheiß. Er. Du hast doch dich gesagt. Fuck. Ich vermische dich. Ich vermische dich. Watch das. Dann bin ich gleich. Das war's für heute. Na, scheiße. Wir müssen jetzt echt noch aufpassen. Ich weiß nicht, dass deren Taktik ist, immer erst den Gegner kommen zu lassen. Ich meine, so eine Honks gibt's ja auch. Dass man denkt, oh, man gewinnt easy peasy und dann steigen die Vollpolle zurück. Das hatte ich mal bei einem Einzelmatch. Da hat er mich auch, keine Ahnung, 5-0 führen lassen oder so. Und mich dann richtig platt gemacht. Ich dachte eben, er fährt nicht. Irgendwie sah das komisch aus für mich. Oh, schöne Parade. Ei, 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 ei. Ach, Mist. Ich hab mich richtig erwischt. Mist. Okay, das Ding sollte eigentlich safe sein. Danke für's anderen Pin. Puh, oi, 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 oi. Aber zumindest ein Sieg, ey. Hätten die, glaub ich, von Anfang an so weiter gespielt, hätten wir, glaub ich, das Ding nicht gepackt. So, sieben Siege brauchen wir noch. Diamant Liga 3. Diamant 1 Liga 3 vor allem. Mir würde es besser gehen, hätte ich Diamant 2 oder so. Na, kacke. Auto nicht. Oh, Gott. Da hatten wir schreien. No, schöne Parade. Ach, kacke. Ach, kacke. Ach, kacke. Oh, Gott. Ach, ich bin. Auf Uno. Mach, kacke. Ach, Benebar! Was hat da wäre, probiert? Ach, ich gab, fiel. Er, okay. Ah, kacke. Was soll das denn? Was soll das denn? Ja, die hatten insgesamt gesehen irgendwie... Nein! Ah, kacke. Ich hätte noch weiter hoch boosten sollen. Scheiße. Ich dachte recht. Ach, kacke. Wäre ich doch mal gegen geflogen. Ja, gut. Die haben... Muss man auch zugeben, insgesamt... Habe ich den gerade rein geballert? Ähm... Die besseren Chancen. Die spielen das irgendwie... Oh, fuck. Damit hätte ich nicht recht. Ah, das gibt's doch nicht. Ach, leck mich. Diese kacke, dass das über die Bande hüpft. Ja, ist okay. Lol. Cool. Cool. Ähm... Ja. Dann war's das erstmal wieder für diese Folge. Spitze bedanke mich. Ein bisschen. Das ist ja so. Du bist. Eine gotta... ganz einfache. Wenn du bist. Nachts, wirst du nicht mehr. Du bist. Zu dir. Du bist.